Musik Dem Arbeitsalltag entfliehen und mal wieder Kind sein, das möchten auch Christian, Luis und Janosch. In der Kindergalaxie in Freiburg ist das möglich. Einmal im Monat findet dort eine Afterwork-Party für Erwachsene statt. Musik Den Alltagsstress draußen lassen heißt auch, sich was Bequemes anzuziehen und abzuschalten. Also, in die Jogginghose, fertig, los! Musik 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 Geschafft! Ganz kurz! Wir haben es überlebt. Erwachsene müssen meistens erst einmal warm werden und das Kind in sich wieder entdecken. Wenn sie dann aber erst einmal loslegen, sind sie nicht mehr zu bremsen. Bis ihnen die Puste ausgeht. Ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, dass Kind sein so anstrengend ist. Das ist schon echt geil. Aber es ist auf jeden Fall mega anstrengend. Geil, aber mega anstrengend. 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 Wir haben eine libre Flимость SD- und dort haben die Garten. Da gibt es einen Weg die Garten zu machen. Fußball spielen kann. Und in den Tiefen der Galaxie kann man sich beim Lasertag betteln. Zur Afterwork-Party kommen durchschnittlich um die 450 Erwachsene. Die meisten davon sind Studenten, die in kleinen Gruppen kommen. Alter, die Kinder-Galaxie ist so geil, Junge. Es macht so Bock. Einfach mal wieder Kind sein, mal richtig die Power rauslassen. Fett, Alter. Schweiß pur, aber Lebensfreude pur. Richtig geiler Scheiß. Und das Beste ist natürlich, am Ende gibt es noch ein Eis von Mama. Also wenn ihr den Spaß auch erleben wollt, müsst ihr hierher kommen. Definitiv. Definitiv. Zurück ins Studio.